Hallo, wir sind Duo 23. Mein Name ist Andrea Purtych, ich bin Sängerin und das ist... Und mein Name ist Tobias Kaltenbrunner, ich bin Pianist. Ja, Andrea, was ich dich schon immer mal fragen wollte, wer ist eigentlich dein Lieblingskomponist im Genre Lied? Also, es gibt natürlich sehr viele fantastische Komponisten, aber trotzdem würde ich sagen, dass das Franz Schubert ist. Auf jeden Fall, für mich persönlich. Tobias, wann hattest du deine erste Begegnung mit dem Kunstlied und spezifisch mit Hugo Wolf? Ja, meine erste Begegnung mit dem Kunstlied war gleichzeitig eine Begegnung mit einem Lied von Wolf. Und zwar war das, als ich 16 oder 17 war, als ich ein Studienabschlusskonzert von einer Sängerin begleitet habe, in einer Kirche. Und da habe ich unter anderem das Lied von Hugo Wolf, Mühvoll, Komisch und Beladen, aus dem spanischen Liederbuch begleitet. Was sind denn deine Erwartungen, die du an diesen Wettbewerb stellst? Also, wir haben für diesen Wettbewerb ja ein Riesenprogramm erarbeitet. Und meine Erwartung ist es, dass wir einfach sehr viel lernen und in der Auftrittssituation dann noch einmal einen Sprung sozusagen machen in unserem Lernprozess und einfach besser werden als du. Danke schön.